Bernd Schneidmüller ist ein deutscher Historiker für mittelalterliche Geschichte. Schneidmüller hatte Professuren an den Universitäten Oldenburg, Braunschweig und Bamberg. Seit 2003 lehrt er an der Universität Heidelberg als Professor für mittelalterliche Geschichte, Leben und Wirken. Der 1954 in der hessischen Wetterau geborene Bernd Schneidmüller machte 1972 Dekasekunden Abitur am Wolfgang Ernst Gymnasium in Büdingen. Von 1972, 73 bis 1976, 77 studierte er die Fächergeschichte, Germanistik, Evangelische Theologie und Deutsche Rechtsgeschichte an den Universitäten Zürich und Frankfurt am Main. Im Jahr 1976 legte Schneidmüller das Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien in Geschichte und Deutsch ab. Er wurde 1977 promoviert an der Universität Frankfurt am Main mit einer von Joachim Ehlers betreuten Arbeit über das Thema karolingische Tradition und frühes französisches Königtum. Untersuchungen zur Herrschaftslegitimation der westfränkisch-französischen Monarchie im 10. Jahrhundert. Von 1978 bis 1981 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter von Illers im DFG-Schwerpunktprogramm Nationes am Historischen Seminar der Universität Frankfurt am Main. In den Jahren 1981 bis 1987 war er wissenschaftlicher Angestellter und akademischer Rat auf Zeit am Historischen Seminar der Technischen Universität Braunschweig. Dort habilitierte er sich 1985 über das Thema Nomenpatrielle, die Entstehung Frankreichs in der politisch-geografischen Terminologie und wurde Privatdozent für mittelalterliche Geschichte. Es folgten Professuren für mittelalterliche Geschichte in Oldenburg-Braunschweig und von 1994 bis 2003 in Bamberg. Dort war er Gründungsdirektor des Zentrums für Mittelalterstudien und Dekan der Fakultät Geschichts- und Geowissenschaften. Seit dem Wintersemester 2003-04 lehrt Schneidmüller als Nachfolger von Jürgen Mietke an der Universität Heidelberg. Schneidmüller lehnte Berufungen nach Köln und Oldenburg sowie nach Bonn ab. Seit April 2014 ist er Direktor des Marsilius-Kollegs. Mit Pelzer leitet Schneidmüller das Institut für fränkisch-pfälzische Geschichte und Landeskunde in Heidelberg. Schneidmüller ist Mitglied der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen-Frankfurter Historischen Kommission, korrespondierendes Mitglied der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft und ordentliches Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Er ist außerdem Mitglied der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, der Kommission für bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, der Gesellschaft für fränkische Geschichte und des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche Geschichte. Schneidmüller ist seit 1995 Mitherausgeber der Zeitschrift für historische Forschung. Seine Forschungsschwerpunkte sind die vergleichende Geschichte Europas im Mittelalter, landesgeschichtliche Forschungen, die gesamte europäische Nationenbildung und die Entstehung von politischen, sozialen und gesellschaftlichen Identitäten. Schneidmüller legte mehr als 220 Veröffentlichungen vor. Die 1979 veröffentlichte Dissertation Schneidmüllers verfolgte die Absicht. Die politische Theorie in Frankreich während des 10. Jahrhunderts zu untersuchen und in den gesamthistorischen Rahmen einzubetten, bis zum 13. Jahrhundert vorzustellen und in ihrem spezifischen Quellenwert deutlich zu machen und ihre Bedeutung für die Bildung eines politischen Identitätsbewusstseins zu ergründen. In neun Kapitel analysierte Schneidmüller den Sprachgebrauch in den Quellen von Begriffen wie Regnum Frenchorum, Regnum Francie, 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 Corona-Francie, Gallia, Galli, Patria, Terra, Nazios, Gens oder Lingua. Im Jahr 1995 gab Schneidmüller einen Sammelband zu den Welfen und ihrem Braunschweigerhof im hohen Mittelalter heraus. Die darin veröffentlichten Beiträge gehen auf das 33. Wolfenbütteler Symposium der Herzog-August-Bibliothek zurück. Auf einem Bamberger Symposium im Juni 1996 wurden die Kontinuitäten und Diskontinuitäten in der Herrschaft Ottos III und Heinrichs II diskutiert. Die Beiträge gab Schneidmüller gemeinsam mit Stefan Weinfurter 1997 heraus. Dieser Band bildete zugleich den Auftakt für die Reihe Mittelalter-Forschungen, die Schneidmüller seitdem herausgibt. Mit seiner 2000 veröffentlichten Darstellung über die Welfen legte er eine erste moderne Zusammenfügung der Familiengeschichte über viereinhalb Jahrhunderte vor. Schneidmüllers im Jahr 2000 veröffentlichten Ausführungen zur konsensualen Herrschaft im Mittelalter brachten einen wesentlichen Erkenntnisfortschritt für die Mediavistik und wurden seitdem vielfach aufgegriffen. Mit Weinfurter gab er 1997 einen Sammelband über die deutschen Herrscher des Mittelalters heraus. Das Werk enthält 28 biografische Kurzdarstellungen von Heinrich I. bis Maximilian I. und vermittelt so einen Überblick über die mittelalterliche Reichsgeschichte. Gemeinsam mit Michael Borgolte war er Sprecher des DFG-Schwerpunktprogramms 1173 Integration und Desintegration der Kulturen im europäischen Mittelalter. Im Jahr 2011 veröffentlichte er mit der Darstellung Grenzerfahrung und monarchische Ordnung eine Geschichte über das Spätmittelalter. Einen einheitlichen Europa-Begriff für das Spätmittelalter lehnt er ab. In dem Buch geht es ihm daher weniger um die Geschichte Europas als um Geschichte in Europa. Die Geschichte von 1200 bis 1500 verknüpft Schneidmüller auf 300 Seiten mit drei historischen Großereignissen, die sich auf das gesamte Denk- und Ordnungssystem der Menschen auswirkten. Im 13. Jahrhundert sind es der Ansturm der Mongolen und die Absetzung Kaiser Friedrichs II. durch Innozenz IV. Im 14. Jahrhundert wählt er das Auftreten der Pestepidemie und die Konsolidierung der Königreiche um die Mitte des 14. Jahrhunderts und schließlich im 15. Jahrhundert der Fall von Konstantinopel 1453 und der Sieg des Papsttums über den Konziliarismus. Mit Stefan Weinfurter und Gerd Melvill war er Herausgeber eines 2014 erschienen Sammelbandes zur internationalen Tagung vom Oktober 2012 mit dem Thema Innovation durch Deuten und Gestalten. Klöster im Mittelalter zwischen Jenseits und Welt. Schneidmüller war an der Konzeption und Durchführung großer historischer Ausstellungen wesentlich beteiligt. Darunter die Ausstellungen Heinrich der Löwe und seine Zeit Canossa 1077. Erschütterung der Welt, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation 9621806, Aufbruch in die Gotik, die Wittelsbacher am Rhein, die Kurpfalz und Europa und das Konstanzer Konzil 1414 bis 1418. Am 25. November 2015 wurde ein Asteroid des äußeren Hauptgürtels nach Bernd Schneidmüller benannt. Schneidmüller Schneidmüller ist verheiratet und hat drei Kinder. Schriften Monografien Karolingische Tradition und frühes französisches Königtum Untersuchungen zur Herrschaftslegitimation der westfränkisch-französischen Monarchie im 10. Jahrhundert Steiner Wiesbaden 1979 ISBN 3 515-03-2029 Nomen Patriar Die Entstehung Frankreichs in der politisch-geografischen Terminologie Thorbäcke Siegmaringen 1987 ISBN 3-7995-6107-2 Die Welfen Herrschaft und Erinnerung Kohlhammer Stuttgart U A 2000 ISBN 3-17014999-7 Die Kaiser des Mittelalters Von Karl dem Großen bis Maximilian I. Punkt Zweite Verbesserte Auflage Beck München 2007 ISBN 3-406-53598-4 Grenzerfahrung und monarchische Ordnung Europa 1200 bis 1500 Beck München 2011 ISBN 978-3-406-61357-9 Herausgeber schafften die Welfen und ihr Braunschweigerhof im hohen Mittelalter Harasowicz-Wolfenbüttel 1993 ISBN 3-447-03705-9 Mit Joachim Illers Heribat Müller Die französischen Könige des Mittelalters Von Odo bis Karl der Achte 8881498-8 Beck München 1996 ISBN 3-406-4044-6-4 Mit Stefan Weinfurter Otto der Dritte Heinrich der Zweite Eine Wende Punkt Torbäcke Siegmaringen 1997 ISBN 3-7995-42515 Mit Stefan Weinfurter Otto Nische Neuanfänge Symposium zur Ausstellung Otto der Große Magdeburg und Europa Von Zabern Mainz 2001 ISBN 3-8053-27013 Mit Stefan Weinfurter Die deutschen Herrscher des Mittelalters Historische Porträts von Heinrich der Erste bis Maximilian der Erste Punkt Beck München 2003 ISBN 3-406-50958-4 Mit Stefan Weinfurter Heilig-Römisch-Deutsch Das Reich im mittelalterlichen Europa Sandstein Dresden 2006 ISBN 3-93760256-9 Mit Stefan Weinfurter Saalisches Kaisertum und Neues Europa Die Zeit Heinrichs IV und Heinrichs V Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 2007 ISBN 9783-534-208715 www.skfloheid.com Bl Benimhutus Subtitel 5 1 0 V 5